ARD Text im Auftrag von Funk So Spitzhacke Die hat 45 Was hab ich denn jetzt? 35 43 ist die Lead Und Silvers 45 Das ist schon gut Das ist schon gut So jetzt mach ich erst mal Haben wir hier verschieden was Wie heißen Die haben da gar keine Namen die Chests Achso das ist für Ah ok Ne ich seh schon ungefähr was rein muss Ich hätt gern wieder meine Weindinger da Aus dem Dschungel Die Weindinger Die Die Hier ist nicht die Schnüre da Seil? Ja das war geil dieses Seil Dreifarken Dinger Na 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 Grappling Hook Ich hab den Dschungel gefunden Ja schon Ganz schöne Stücke Grappling Hook genau So Kommen wir nach hause Ich hab so viel Zeug dabei Toll Donk hier Oh So Wie habt ihr so coole Rüstungen? Ja Kaktus Rüstungen Wir müssen auch noch kack dienen Da kannst du auch noch eine bauen Ach hier mit dem Oh nö es kommt ein Wurm Oh nö es kommt ein Wurm Isst dich doch mal bitte Kaktusschwert ist so ein Scheiß Alter dieser Wurm ey Geh bitte sterben Kommt hier Wieso kommen denn jetzt auf einmal so viele Blobs Wo kommt die denn her? Die Climbing Claws Kann ich die Ver... benutzen? Die kannst du anlegen Dann kannst du an der Wand hinabsliden Oder auch wieder dich hoch Springen So Echt wie benutzt man die dann? Ich teste das gleich mal hier Das kannst du an der Wand von Hause mal ausprobieren Ja jetzt sind halt die Plattformen da gell Thomas kannst du mir hier oben ein Zimmer bauen Da wo ich meine... Über die ganze Ebene? Ja mach mir ein Loft Boah ich lebe im Dschungel so klein das Crimson scheiß Ich hau kein Holz Du könntest ja auch Stein bauen so wie das vom Ackel aussieht Wohin vom Ackel? Ist das der Keller vom... Ackel ist das dein Keller eigentlich? Oder? Na ja was ist das ich bald einfach nur ein bisschen bauen Achso Achso ne dann baue ich mir hier unten auch was Alleine Okay Ey das war meine Mit wem redest du? Das Haus hab ich angefangen Das Zimmer Jetzt ist zu spät Oh meine 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 Jetzt ist zu spät Tom Da hast du unten rechts hier Da unten unter den Ackel hast du so ein kleines Zimmerchen Ein bisschen Water Eigener Pool Ja willst du das hier haben? Na ja passt schon Wirst du das haben? Nein ist gut Dann nimm es dir Hast du nen Flammenwerfer? Ich? Ja Thomas Hä? Achso ne ich hab ne Flare Gun gefunden Ach Flare Die ist so übel scheiße Das sind die beschütten Zahlen die ich so aus dem Gold rumgelegen kannst Du kannst jetzt ne Flare schießen und dann leuchtet die Juuu Ich glaube ich finde das was die Flare ist Gut das es richtig worth ist Dass wir die nicht selber bauen können glaube ich Ich hab ja Hast du ne Sendungsverfolgung von dem Ding da? Nein Glaub nicht Der Post ist schon durch aber ist da immer noch nix Dann wirds wohl Montag da sein Toll Wenn du an nem Sonntag Geburtstag hast ist das halt auch blöd ne? Mhhh Dafür kann ja niemand was Ich kann ja Schleimbanner nicht machen Letzter Ich muss zumindest drei Felder noch Das tut mir leid Alexander Ich hab ein Loom gebaut Das können wir uns spinnen Ja oder Das muss ich Was dann? Ja komm mal Wetter Am besten setzen Neues Board Letztes Jahr hattest du zu Ostern Geburtstag Da war ich bei euch ne? Ja Ah für zwei Jahre schon Zwei Jahre ist das schon ja? Also das Ziehen Das du gut für sich behalten konntest Ja Die wollte mir ja schon wieder erzählen Was sie mir zum Geburtstag schenkt Weil ich gesagt Setzt auf den Mund einfach Warum will sie dir das sagen? Weil sie sich mal so drüber freut Keine Ahnung Wo ist denn hier Stein? Mh Habe ich die Truhe vielleicht? Die sind keine Steine ne? Ne Habt ihr hier Steine irgendwo? Hä Haben wir alle Steine aufgeraft? Da sind doch In der rechten Truhe im Bornstein Warte In der Truhe sind Steine drin Da hab ich reingetan Wo? Ich hab's dir gegeben Ich hab's dir zugeworfen Wo sollen die dann sein? In deinem Momentar Ich hab's dir zugeworfen Ach da Ja Hab's danke Bitte Aber gab's nicht auch mal so eine Spitzhacke Die bei Sie einfach drei Felder auf einmal gezerstört hat Unsere Scherze Ja die kommen noch im Hort noch Gibt's da so geiles Zeug Und da Aber Nee Spitzhacke für drei Felder Gab's glaub ich nicht Das kam ja bloß davor Acker Also ich hab Also meine geht übelst ab hier Was hast du für eine? Ja Ich hab eine Silberspitzhacke Bei Eigenschaften dass diese abgeht Vier kritische Treffer Sechs Nahkampf Sehr schnell Sehr schwacher Rückstoß Das ist 45% Spitzhackengraft Ja sehr schnell halt Alter ich hab halt wieder eine sehr schwache Rückstoß Sehr schnell Hab ich auch Aber das geht doch gut ab damit Ich hab in der Erinnerung dass es irgendwie teilweise noch schneller ging oder? Na ja später mal Da geht's richtig schnell Aber laut Map müsste jetzt hier ein Raum kommen aber ich seh noch nix Auch witzig Ah hier Da lauert doch schon das erste Drecksfeeder hinter Riesene Höhlen Systeme Die übergebaut Der Da Das ist der Da 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 D Da Da Vielen Dank. Warte, jetzt sind sie ja übelst viele Würmer, ich kann das kratzen. Ich hab Tom gefunden. Was ist denn Grund? Ah, den Untergrundhändler. Ja, möchte ich töten? Nee, kannst du nicht, kannst du das einkaufen. Achso. Der Schein braucht man einfach in so unteren Ebenen. Irgendwas cooles. Die Counterweights für die Jo-Jo sind cool. Aha. Was sind sie wirklich? Oh, toll, hier war ich doch schon. Ich bin ein Herz gefunden, darf ich das selber usen? Bin ich zu an. Achso, ich hab noch zwei Herzen. Ich hab auch eins gefunden. Nur dann nehm ich jetzt eins, unser Tom kriegt ne eins, ne? Ja. Wo ich die Kompass ausrüsten? Nee. Zeig, toll, sind wir. Das da oben für'n Pyro-Technik-Ding am Haus. Pyro-Technik ist kein Verbrechen. Ey. 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 Eine Kaktustür, oder was? Kaktustür. Ich bin hier für Blödsinn gemacht. Wir sind jetzt Nachbarn, Ackel. Was ist denn hier, der Kaktustür hat das so dumm? Ackel hat keiner. Ich hab extra viel Kaktus-Fähne mitgenommen, hat jetzt jemand Kacke draus gemacht. Ich hab ne Kaktustür. Tür. Was ist das? Ey. Quatsch, nein. Nein, ich hab ein Kaktus-Ding da. Ich hab grad nie nachgedacht. Wo sind die da, der Kaktus sitzt, oder was? Oder wieder wo? Aua. Irgendeine Kistin. Ich hab auch nen Kompass gefunden. Soll denn hier Kaktus sein, hier ist Sand? Ach, hier Kaktus. Okay. Dann sieht's dann so aus wie ihr, ja? Mhm. Cool. Wenn man so aussehen will, ist natürlich so anderes. Ich glaub, ich möchte lieber nen Kaktus-Bett. Oder nen Kaktus-Chest. Oder nen Kaktus-Sword, Alter, ist ja gut. Sword oder Sword? Sword, oder? Sword. Sword. Da. Schon wert. Also auf jeden Fall, Ackel, hier unten ist, ich bin der Nachbar jetzt, ne? Meine Nachbar. Meine. Ne Kaktus-Hose hat's leider nicht gereicht. Du musst ja noch mal in die Wüste gehen, oder nimmst du noch ein paar Kaktinen, die über sind, nimmst du noch ein paar Sandblöcke und plant jetzt einfach ein paar Kaktinen auf Sandblöcke. Dann kann man diese halt auch wachsen lassen. Was? Bitte. Bitte. War ein Glück, dass ich hier grad... Ah, hätte er mir gedacht. Tom, ich hab grad aus Versehen das Herz genommen. Oh, was? Ich such dir, ich such... Was? Ich hab auch schon eins gefunden, hier unten. Okay. Es tut mir leid. Was? Ich kann mit meinem Inventar bloß manchmal nicht so richtig klar. Ich pflanze jetzt hier mal die Kaktälen an, oder? Ja. Sand? Ey, ich hab doch grad irgendwie so viel Sand gehabt. Hier ist ein Eichhörnchen... Das ist ja cool, diese Klauen, die ich hab, ey. Wolverine aus. Na, guck mal. Da ist schon mal weg. Wo ist denn da Ackl? Hier, beim Kaktusenfeld. Achso, ne, ich slide hier runter und ich nutze nicht die Rope. Muss ich ja einfach nur die Kakteen wieder hinbauen, oder was? Und dann wachsen die. Dumas. Äh, ja, auf Sand, ja. Durch Kakteen kann ich aber nicht durchlaufen, oder was? Äh... Doch, oder? Das ich hier gerade hinbaue, da kann ich nicht durchlaufen. Das ist ein falscher. Warte mal, da muss ich mal gucken, ob die Kakteen hinweg wachsen ist. Naja, ich hab sie hier hingebaut, kannst du mal gucken. Also rechts neben mir im Haus. Ich schau dann auch, ja. Im Wiki auch mal nochmal nach. Ich zählte ein Kakteen da. Einwachsen, laute. Guck dir ein Wand hier, oder was ist das hier, Gabriel? Was? So, ich hab mich jetzt aber kurz eingebaut, weil ich kacken gehen muss. Bis gleich. Was? Darf diskonecten. Apropos diskonecten, wir haben ein kleines Problem, ne? Also wenn ich meinen Rechner ausmache, geht das Ding ja auch aus. Das heißt, bevor ich weggehe, muss ich vor kurzem noch mal ausmachen, noch mal anmachen. Warum? Dann, wenn das Server richtig läuft. Warum geht der aus, wenn du weggehst? Weil die Serververbindung hier in meinem Fenster offen ist. Und wenn ich die Serververbindung schließe, geht das Server aus, weil die Serververbindung nur über das offene Fenster aktiv bleibt. Und das habe ich noch nicht in den Hintergrund verschoben. Weil ich was ausprobieren musste die ganze Zeit. Und deswegen, ne? Und wieso lässt du es nicht einfach an? Mein Rechner? Hm? Ich muss dann noch mal kurz noch mal neu starten hier, also den Server. Also ich mach es dann kurz aus, bevor ich gehe, und dann wieder an, und dann sind wir wieder da. Na, wann machst du denn los? Okay. Ich hoffe, Justin, ich rufe die jetzt mal an. Die darf nie telefonieren auf Arbeit. Das ist illegal. Das ist egal. Von darfst du nicht arbeiten? Was? Die darf nicht telefonieren auf Arbeit. Lass das. Wieso nicht? Wenn man das nicht macht. Wenn das nicht. Schwierig, ne Goldtrue. Welche Scheiße hier gibt es? Eigentlich nur Gold, ne? 1 Puppen 1 Puppen Stirbst du oder was machst du dann? Hm, ich sterbe jetzt nicht, glaub ich. Ich darf jedes Mal schiegen dran. Teilige mit mir Nur wieder da Nee, wie und? Juhu, ich lebe auf Ach Mensch, hast du ja noch übelst lange Zeit? Ja Der Acke Der Acke Und wie steht's bei Rostock? Müsste er zu Ende sein gleich? Hm, hm, hm Halbzeit Was? Bist du dir sicher? Warte, eben war noch Halbzeit Dein 50. Minute Wie ist der Seuchter? Gleich zu Ende Hm Na Tom, wie lange geht ein Fußballspiel? Nicht verarschen Nee Weiß ich nicht, 90 Minuten oder so, hab ich mal gehört Sehr gut, Thomas Wusste Tom das nicht Nee Nee Äh Der Tom kennt sich mehr mit Rechners zusammenbauen aus Also ein Sieg wäre ganz geil eigentlich heute dann werden wir Es ist so eng in der dritten Liga, das ist die wahre Pracht, ne? Brauchen wir ein Lido? Ja, das ist Eisen Also ja, kann man was mitnehmen, kannst auch ne gute Rüstung da fahren dann Ich hab da die Kakteenrüstung, die ist da Late Game oder? Ja Ja Sicherlich Bist du nicht? Ah, ne Sicherlich So wie du dann ins Schwert Na, warum haben wir die denn dann überhaupt? Weil halt 5 Verteidigungen nicht schlecht sind Und günstig sind dafür, dass du ein paar Kakteen nicht umhauen Warte mal, Justin rufkönnen Drei vier vier habe ich gebackt, sorry Oh 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 So ein Dreck ey, jetzt ruft sie mich an und sagt, ja ich hab ausnahmsweise heute schon zeitiger Schluss. Toll, die hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht, oh jetzt ruft er mich an, weil er etwas mit mir unternehmen will. Ja, hast ja geschickt eingefädelt, Acke. Dann wünsch ich dir viel Spaß. Bäh. Haben sie einen Kaffee gerade geputzt hier. Wo seid ihr gerade an weißen Positionen? Siehst du doch, tief oben. Tief unten. Bäh. Was machst du denn? Ja, hier sind... Kaffee ist ab. Hast du, aber ich dachte, Haare oder so? Katzenzieher Haare. Wie geht's dir eigentlich Tom? Geht so. Besser oder? Husten geht irgendwie nicht weg. Ja. Aber so kommt jetzt nicht schon da. Aber hast du jetzt nicht viel gehustet heute, oder? Ich mut mich, aber... Hast du schon Hustenlöser getrunken? Ne. Das ist wirklich gut. Geld für sowas. Du wirst aber Geld für Schnaps haben. Was ist denn hier los? Ah! Bauen! Oh, yes! Das, was ich wollte. Ja! Was ist denn? Das ist doch Hermes Fuß. Ne. Was ist denn? Äh... Ace Blade. Föllerisch. Ah, klar. Ist gut. Ich habe geschaut, Waffe 20. Ich habe ein Piano gefunden. Äh... Ja, das ist eine sehr gute Waffe. Schießt ein eisiger Bolzen. Hm. Das habe ich... Und ich habe äh... Den Blizzard in der Bucke. Der ist auch fertig. Ja. Ah, das lohnt jemand. Oh, die Cocktail wachsen. Das ist gut. Das ist gut. Wachsen die echt, oder? Ja, die wachsen. Oh! 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 Also ich habe die auch so ein bisschen gebaut, als wenn die wachsen würden. Also ich weiß jetzt nicht. Ja. Oh, das ist ein Haufen Vieh hier drin. Oh! 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 Das ist dann fürn Tom. Ja. Äh... Bei 120 habe ich jetzt auch schon. Ich habe 160. Okay. Ich bin 14, Alter... Du hast ja drüber gekonnt. Ok. 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 Gabi seine Liebeshöhle hier unten Wow! Ja Alter ich bin da grad reingesprungen da bin ich durch Eis durchgefallen Wo bist du reingesprungen? In ein Eisding Achso Wo bist denn du Tom? Jetzt sind alle unten ne? Alter das war jetzt aber ganz schön mies von dem Alex wurde brutal seziert So ne dumme Nutte äh Irgendwie ist die Tür hier buggy bei uns Ne Ach ihr habt auch Eisbüroben geil Was? Hey Gabi war da auch irgendwo Ja ich komm grad runter gefallen Oh! Hier ich kann mich hier da festhalten an der Wand Geht hier weg aus meiner Höhle Alter was ist das denn? Alter was ist das denn? Was soll das denn hier? Könnt ihr mal die Viecher weg machen? Geht weg aus meiner Höhle Hehehe Ich geh wieder rüber zu meinem Place Ah hier ist jetzt der Slit Jetzt hab ich mal Slit gefunden Das brauch ich mal ab und dann Klit Slit Slit Nicht klit Wir den Extractor packen hier Und dann? Dann krieg ich dann da Ohr raus oder so Oder Geld auch Ja Ich geh jetzt nicht den Bonner Ach deswegen hab ich den grünen Schleimballer gekriegt Alle 50 weiter Dann kriegst du auch mit dem Kreisballer Und dann ertrinkt Alle Kann ich das Geld auch in eine Truhe packen Dass ich es nicht verliere wenn ich sterbe? Ja Genau Das ist mal ne Idee Du kannst auch für ein Gold ein Sparschwein kaufen Das hab ich Das kannst du aufstellen Oder ich hab schon einen aufgestellt oben Über den Crossing Table Da kannst du Geld reinpacken Ich werd mein Geld in dein Sparschwein machen Das ist äh Das ist klein-sided das Sparschwein Wenn du ein Sparschwein aufmachst Dann ist das immer dein Sparschwein Egal ob das jetzt von mir gestellt ist Oder von jemand anders Immer nur der Dein Zeugzeug Und Wenn du es in Sparschwein rumträgst Und dein Geld da drin ist Dann kannst du es trotzdem damit bezahlen Bei einem NPC Aber du verlierst es nicht Wenn du schläfst Ah Was? Wo findest du Sparschwein? Bei wem? Beim Händler So ein Schwein halt Das ist er kennste Ah Wie ist denn hier rum? Oh Schwein Ein Gold Hab nicht so viel Gold Ja Flurry Boots Das hört sich gut an Der Träger kann laufen Superschnell Yeah Dynamit Platin Wasserlauftrank Unsichtbarkeitsdrank Und Leuchtsstäbe Und Leuchtsstäbe I am very proud and happy Das ist Sparschwein Warte Warte wieso Ich hab noch kein Gold Und was ist jetzt wenn ich was ins Sparschwein packe und das Sparschwein nimmt jetzt jemand weg hier von euch? Geht nicht! Da muss ich dann ein anderes Sparschwein holen und da ist das Zeug dann wieder drin Aber das eine Sparschwein da hab ich extra zwei drauf Das eine ist einfach viel höher oben Dass man nicht immer seins rauspacken muss Das muss man auch plattformen oder Tische drauf Äh Und ja So am Boden kacken Bis jetzt Ob ich lThese in meinem schwert Ja Ich glaub ich schon Ich glaub ich wird ALTER Alles gut? Alles gut. Alles gut! Wie tief bin ich denn eigentlich? Schon zwei Drittel. That's what she said. Zwei Drittel, ja. Dieser Gabriel, der ist immer so lustig, ey. Ein geborenner Comedian. Ich bin der Comedian. Oh. Also bin ich Batmans Papa. Nicht Partner, Papa. Ja? Nein! Also ich stemme mich mal in meine Hütte hier, geh mal duschen und dann nach könnt ihr euch in 10 Minuten schon mal so orientieren, dass ich mal kurz neu starten muss hier, ne? Hm. Puh. Alter, was ist denn das für eine Ecke auf der Scheiße? Was machst du denn? Ja. 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 Hast du grad zum Thomas gesagt, ob er bescheuert ist? Ja. Ist aber auch nicht wirklich nett, ne? Ja. 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 Okay. Ich heiße nicht Matt. Ich hab ein Platinum Kronleuchter hier in meiner Hütte hängen jetzt. Den hab ich mal gefunden, den hab ich nicht hergestellt, ja? Nur sitzen. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht, ey. Toll, jetzt nimmt der Akel unser Platinum, was wir hier hart erarbeiten, weißt du? Ja? Ha 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 ha! Und 20-20 Kronleuchter. Ja, ha 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 ha! Ja! Ja, ja! Wow, wir haben schon ein richtiges Tinn, ne? Könnte ich eigentlich mit einer Armor aus dem Tin machen? Ist das wie kackt das Armor? Oh, okay. Ja, könnt ihr, ich guck mal nach. Guck mal nach. K K K K K K Witz mit dem erlauben K K Was? 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 Wie? 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 Wer hat denn noch keine Kaktus-Armor? Ich hätte es denn? Der Ackle hat nie alles Wie ist die Buchse? Die Buchse? Ich weiß nicht, ob der Thomas versus Buchse hier ist Ich glaube es nicht, dass es der Helm oder die Brust ist, oder? Danke Ne Buchse ist Unterwäsche Eigentlich Naja Ist überhaupt nie böse gemeint, aber hätte ja sein können, du weißt das nicht Schließlich kommst du ja nie aus dem Teil von Deutschland, wo wir kommen Ne Waage? Ist mir bekannt Aber wir haben echt wenig Holz, oder? Ja Kann das sein Hier sind nur Scholl Wie soll ich die Kaktinen hier wachsen? Das sieht cool aus Echt? Wachsen die so krass? Ja Ist komisch, das zu links echt Baum, ey Gar nicht aufgewertet Jetzt nicht erstmal Ja, Mama, was gibt's? Wie wachsen sich das, hab ich so gebaut, der Knödelköpfe? Dieser dämliche Kackstift Steckt fest, oder was? Mhm Ich hatte die alte hier So, ihr seid jetzt gerade alle hier, soll ich mal schnell selber neu starten? Ne Bin kurz auf 2-2 Minuten Ich muss ganz kurz noch was gucken, Ackel, ja? Bevor du jetzt hier anfängst, so einen Stress zu machen Auch keinen Stress Aber wenn gerade alle hier sind und nicht rumbaggern Ackel? Ja? Ja Ich hab Nein gesagt Ich bin in meinem Zimmer Ich bin in meinem Zimmer April braucht aus Ich muss dich Na gut, ich geh jetzt wahrscheinlich durch und dann bist du da Ehrlich? Ehrlich Wieso gehst du duschen? Wieso gehst du duschen? Wird ich gut riechen Ciao Ansonst, Tom, läuft's bei dir Mhm Ja Um anfangen mein Zimmer zu bauen Ja Ja, nimmst du ja wirklich den großen, das große Teil da Ja Schön am Wasser, ist doch geil Am Wasser ist auch gut, ne? Ja Ja So Da ist dann nochmal schön mein Zimmer fertig Ich find's auch schön hier so mit dem Grabstein und so bei mir Hm, wunderschön Das pinke Licht Hammer Hammer Mhm Hm Hm Ah Ah Eine Grabsteinsammlung Ich find das schön Hm Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich hab alle Fakten kaputt gemacht Ich hab alle Fakten kaputt gemacht Ups Okay So, ich mach mal gucken Wuuuuh Kopp Kann ich mir ja nie so ein Bett oder sowas herstellen? So ich hab nie genug Holz wahrscheinlich Kann so sein Haben wir Holz da oder muss ich Holz ernten gehen? So, dann muss ich das abziehen Okay Oh manee Oh manee Wuhh Wuhh Oh manee Alle Fackeln wieder neu machen hier unten. Was ist denn unten alles? Das sind ganz kompletten Keller bei uns. Ja. Ach so. Wer hat sich denn das hier mit den Kakteen ausgedacht? Totaler Schwachsinn. An den kann man nie vorbeilaufen. Das ist das blöd. Ja. Ich hab diese Mega Boots, ey. Ah. Schön abernten. Wie viel Schaden macht dein Schwert? 18. 18? Das ist krass. Das hast du gefunden oder was? Ja. So eine Eistruhe. Na. Ich hab die Schuhe gefunden. Oh. Und die Handschuhe. Ich hab solche Claws, weißt du? Mit denen kann ich nirgendwo abstürzen. Du kannst sie an der Wand festhalten. Mhm. Geil. Warte, kann ich dir zeigen? Sieh, guck mal wie schnell ich laufe. Siehst du das? Ja, das ist geil. Ich hab hier... Ich hab den Doppelsprung gefunden. Na, ist auch cool. Ja. Ja und... Wieder da. Okay. Und die... Ach, die Tür ist nervig. Aber hier... Ach, na ist natürlich... Ach, Mensch. Hier, siehst du das? Ah. Ah, da kannst du hoch springen. Das ist ja cool. Das ist sehr praktisch. Ja. Aber es ist cool. Wir haben alle so andere Höhlen, ne? Außer Ackel. Der hat so eine Standardhöhle. Ah. Ah. Da kann man natürlich coole Türen bauen. Kann man eine Eis-Tür bauen, ne? Da kannst du ja aus den Eis-Blöcken noch schönere Eis-Blöcke machen. Ach so? Äh, geht... Ne, ich weiß nicht. Geht das? Kann man einen Eis-Hintergrund machen? Das weiß ich nicht. Das glaub ich schon. Wie kann man einen Hintergrund machen? Ja, Eis-Brick. Klar. Gut. Genau, man kann Eis-Brick machen. Dann kann man... Oh. Oh. Eis-Block. Von Eis-Brick-Craften. Da kommen sicherlich Kontrast-Craften. Oder? Na, da muss ich ja erstmal... Oh. Ich kann ja hier nicht einfach die Erde rausschlagen im Hintergrund, oder? Ja, Eis-Brick-Wall. Ne, du kannst die aber übersetzen, wenn du eine Brick-Wall hast. Ach so. Ja. Okay, ist gut. Warte mal. Ach fuck. Ähm. Was ist der Eis-Brick-Wall? War's falsch, ey? Was kann man machen? Ähm, den Hintergrund. Normalerweise... Früher war's so, dass du den Hintergrund von oben aus... äh, abbauen hast. Von hier. Jetzt kannst du den Hintergrund, den du haben willst, einfach drüber setzen. Und wie mach ich das? Wenn du den Hintergrund nimmst und einfach drauf klickst, legst dann. So. Oder was? Das ist kein Hintergrund. Das ist ja ein normaler Block. Wie denn dann? Da versteh ich's nicht. Dann musst du den noch craften im Hintergrund. Ah. Wie weiss denn, ackelneidisch ist über mein ganzes Zeug hier. Da ist ackelneidisch weg. Äh, kurz irgendwie, ja. Okay. Du sch... Ja genau. Ja und was brauch ich dann? Bricks oder was? Nee. Ja, was du halt möchtest und dann suchst du... Tom nimmst du sch... Wall. Wall helsen die genau. Genau, Wall. Ja, irgendeine Wall. Wall? Hm. Kann ich nie. Hä, wieso kann ich ihm das nie craften? Walls. Schnee Walls. Dreckwand, Steinwand. Ich hab mal... Ich hab mal was über Snow machen muss. Snow... Snowblock. Okay. Ich muss erst mal einen Snowbrick craften. Hm. Sag ich doch. Dann sagst du Snowbrick Wall, Mann. Bitte. Danke. Machst du Schnee oder Eis, Tom? Ich mach Eis. Gut. 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 Ich hab jetzt auch wieder was schönes bauen. Sagst du schon Hermes Boots oder... Halt. Nicht so ein Boot. Ich ja, hm? Nee, ja. Das ist halt. Irgendwie kann ich noch nicht... Wall-mäßiges bauen auf dem Scheiß. Hm. Doch hier Eisbeck Wall. Alles klar. Ich kann's aber irgendwie nicht machen. Ich mach's nicht. Okay. Siehst du das? Nee, siehst du nicht. Du bist weg. Dann musst du doch von oben ab, wo der Dirt ist, anfangen nach runter zu bauen. Na, das macht sich ein bisschen blöd. Hier geht's bei dem Freien. Siehst du das, Tom? Ja? Das ist Schneewand oben. Ja, ja. Bei dem Freien geht's. Kann man doch nicht übersetzen. Nee. Da hab ich mich geirrt. Es tut mir leid. Du musst von oben entweder den Dirt abbauen. Oder den Dirt übersetzen. Wie denn übersetzen? Wenn ihr da anfangen wollt, kann ich zwischen Wood und Dirt. Ich mach immer ne Linie in der Mitte. Das reicht schon, Tom. Hä? Du musst den komplett weg machen. Achso. Siehste, ich kann's jetzt ja auch machen. Ah. Ach, aber die Fackel ist dann weg. Oh. 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 Achso. Ich hab nicht mehr genug. Hä? Wie macht man das jetzt weg? Was denn? Ich hab keinen Hammer. Hm. Hm. Also ungünstig, ne? Hm. Naja. Ja. Ja.